Und damit heiße ich euch wieder alle recht herzlich willkommen. Mein Name ist Ryan, das ist Stranded Deep und unsere Insel. Was hat Vergangenheits-Schrein uns hinterlassen? Ein Schweino! Oh, das wollten wir töten. Ein Schweino, komm her! Komm her, Schweino! Stirb, stirb! Ja, ja, ich hab's! Nein! Stirb doch, Schweino! Stirb! Unsere Uhr piept. Ah, da war eine Schlange! Wir wären tot gewesen. Warum treffe ich Los Schweinos nicht? Los Schweinos! Stirb doch einfach! Wo ist Los Schweinos? Hör auf! Hör auf, hier rumzurennen! Ich stech dich! Warum denn? Ich stech doch drauf! Verdurst in der Zeit! Los Schweinos! Los Schweinos! Stirb! 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 Warum? Ich steche! Ihr seht es! Muss es gelb sein? Wann ist es gelb? Jetzt ist es gelb. Ah, hör auf! Du musst gelb sein! Bestimmt! Immer wenn ich pieke, ist es gelb! Dann wird's nicht mehr gelb! Ups! Nimm den Speer wieder! Und! Aha! Nimm den Speer! Ich muss damit werfen, oder was? Hey! Speer! Los Speeros! Hab ich ihn jetzt wieder? Ist er weg? Warum? Nein! Dieses Spiel macht mich fertig! Ja! Ich brauch einen Speer! So und! Alter! Ist nur mich! Rollen! Jetzt hab ich's! Ich hab das Schwein! Es tut mir jetzt schon ein bisschen leid! Sorry! Leute! Ich musste! Hey! Jetzt ist es gelb! Kann ich's hinterherziehen? Ja! Oh, die Animation ist schon ein bisschen hart! Wie? Muss ich das Messer nehmen? Was muss ich denn jetzt machen? E? Okay! Das Messer! Oh, das ist disgusting! Warum ist das schon wieder disgusting? So, jetzt hab ich's geskinnt! Das macht er jetzt nicht mehr! Ach ne! Ich hab nicht mehr genug Inventory-Platz! Okay, warte! Irgendwas wegschmeißen! Und! Weiter geht's! Gib mir deinen Halt! Wie viel kriegt man denn hier raus? Oh! Fleisch! Nochmal Fleisch! Und weg ist es! Okay! Also, zweimal Fleisch, zweimal Haut! Joka! Oh, ich hab so viel Zeug! Joka! Aber ich brauch das Joka-Zeug! Wartet mal, Leute! Ich guck mal kurz! Was kann ich loswerden? Hm! Ja, die Bretter tun wir noch mal kurz hier hin! Hey! Warum hat er die nicht ausgewählt? Okay, ich glaub, ich muss das Messer wegwerfen, um das hier wegzuwerfen! So! Jetzt legen wir mal nur kurz hier hin! Ist ja nicht für immer weg! Ich hör schon wieder irgendwas laufen, oder? Da ist ein neues Schweinchen! Ach, das sind mehrere Schweinchen! Oder spornen die nach die Schweinchen? Das ist doch die Frage! Dann ist mein Ruf, der da kaputt geht! Na, dein Schweinchen! Wo ist es hin? Naja, egal! Das lassen wir jetzt leben! So! Hier hat uns auch irgendwas angegriffen gehabt! Hör mal auf, Schwein! Okay! So würde ich dich auch nie kriegen! Hier hat uns doch irgendwas angegriffen gehabt, den Tag! Die Nacht! Ist ja gesagt, die Nacht! Ich hab es leider nämlich nicht gesehen! Vergangenheitsrein hat es nicht gesehen! Oh, ich verdurste, glaub ich! Was sagt denn die Uhr? Oh, nein! Ich verdurste! Oh, hoffentlich ist was im Shelter! Hier bin ich langgelaufen! Am letzten Mal! Wo ist mein Shelter? Da hinten! Dann war es doch nicht da! Hier hat uns irgendwas angegriffen gehabt, die Nacht! Ja, am Tag sieht es auch ganz schön gleich aus, alles! Es ist eine Insel, Mann! Es ist alles gleich! So! Ich brauch was zu trinken! Ich brauch was zu trinken! Ich brauch was zu trinken! Hoffentlich ist da was drin! Ja, ein bisschen zumindest! Dann brauch ich einen Eimer! Hab ich einen Eimer? Ja! Gib mir das! Trinken! Oh! Ein Wasser! Okay! Alles leere! Ich brauch neue Kokosnüsse! Aber ich hab Angst, dass ich hier jetzt irgendwo trotzdem noch reintrete! Ich brauch so ein neues Shelter! Vielleicht sollte ich mir noch ein zweites hier hinsetzen! Oh nein! Hier hab ich schon wieder alles voll! Oh! So! Ist hier noch irgendwo eine? Nö! Sieht jetzt nicht so aus! Dann klettern wir mal wieder runter! Ist echt schön hier! Da oben wollten wir noch hinbauen! Mal gucken, was man hier noch alles bauen kann! So, Kokosnüsse hab ich jetzt! Die muss ich wieder hinschmeißen! Hinschmeißen! Drop it! Drinkable Kokosnüsse! Dann! Einmal trinken! Zwei Wasser! Unglaublich! Unglaublich! Die ist auch empty! Alles klar! Alle leer! Ach man! Krabbi! Okay, das muss da eigentlich gar nicht sein! Sorry, Krabbi! So! Das hängen wir mal da hin! Ah, das Feuer ist auch leer! Muss ich das jetzt hier neu craften? Ich weiß es nicht! Ich denke schon! Oder muss ich da Holz reintun? Ich habe keine Ahnung! Hm! Ich habe einen Speer! Einen spitzen Stock! Aber sonst... Ja, dann gibt's neues Holz! Es muss neues Holz geschlagen werden! Die Palme kommt weg! Ist hier noch eine Kokosnuss? Nein! Die ist eh leer! Was leer ist, kann weg! So! Und sie wächst! Das heißt... Sie wird gefällt! Los! Das ist die Superachs! Hauen wir schon mal gleich weiter drauf! Weiter geht's! Weiter geht's! Los! Los, gib dein... Dein bestes Holz! Gib mir dein bestes Holz! Ich will alles haben! Der Ryan braucht alles! Ich würde hier gerne eine kleine Base drauf bauen! Und dann Dorf! Und dann wohne ich hier mit meinen Freunden, der Krabbe und dem Schwein! Was ist denn los? Was ist denn? Oder ist das... Also nicht... Hm, verstehe ich nicht! Eigentlich geht's ihm doch gut! Also klar, dein Leben, aber... Sonst... Hm! Und weiter geht's! Gib mir dein Holz! Holzi, Holzi, Holz! Gib es mir! Mein Holz! Oh, ich bin schon wieder voll! So, wir können doch mal gucken! Was ist denn hier? Hole to Interact! Aber ich hab doch... Vielleicht muss ich das Holz auswählen! Wer weiß, wer weiß, wer weiß! Nee, auch nicht! Dann... Vielleicht ein neues Craften! Nee, das auch nicht! Wie repariere ich... dieses Feuer? Es ist halt empty! Interact! Ach, vielleicht muss ich mir einen Hammer oder so bauen! Was gibt's denn hier noch so an Tools? Eine andere Axt! Einen besseren Speer! Was zum Umgraben! Eine Fackel könnten wir uns auch mal für die Nacht bauen! Das könnten wir echt gebrauchen! Hm! Hm... Eine Fackel! Okay, weil ich voll bin! Gib mir das! Hm! Anzünden kann ich die jetzt auch nicht! Ich muss die ja am Feuer anzünden! Ja, das ist leer! Das wird eh nicht angehen! Was leer ist! Aber wie fülle ich's wieder auf? Wie fülle ich das wieder auf? Verdammt! Ich weiß es nicht! Ja, ja! Du versuchst einmal anzumachen! Wird eh nicht klappen! Wie fülle ich das wieder auf? Ja, was denn? Geht's doch ganz gut! Er hat nur ein Leben! Was soll ich denn machen? Interakt! Ah! Ich muss einen in die Hand nehmen und es dann... Aber ich hatte vorhin auch einen in der Hand und hab's versucht, oder? Hm! Okay, aber wir haben's rausgefunden! Jetzt wissen wir, wie's geht! Ich weiß immer noch nicht, wo mein Fehler war, aber... Zum Glück hab ich's ja aufgenommen! Hm! Jetzt gibt's leckerer Steak! Schweine-Steak! Yum, 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 yum! Oh, das brennt! Sehr gut! Das können wir wieder hin tun! Die Axt ist wichtig! Die müssen wir mitnehmen! Das können wir auch mal mitnehmen! Ich würd gern was bauen! Achso, und hier? Warte mal, kann ich die mitnehmen? Äh, ich bin schon wieder voll! Gib mir das! Dann! Ah, da kann ich die anzünden! Schön, jetzt hab ich ne Fackel, die brennt am Tag! Und man kann sie hinlegen! Cool, dann könnte ich die irgendwo hintragen, dann wär's da auch hell! Ich weiß ja nur nicht, wie lange sie brennt, aber... Geht schon klar! Warte mal, kann ich die mehr löschen? Oder ist die dein Putt? Oh, ne, die brennt auch unter Wasser! Aber wir haben's mal getestet, also... Okay! Ähm... Geh ich damit schlagen? Ne! Dann tu mal sie da hin! Kann ich brennen? Äh, ich würd's nicht ausprobieren! Ich hab nicht viel Leben! Ja, ist ja gut! Was soll ich denn machen? Ich brauch Kokosnüsse! Okay! Hier war irgendwas, was uns verletzt hat! Da liegen auch Stöcker! Es ist Tag! Sollte uns nichts passieren! Vielleicht war's auch irgendeine Pflanze, die gefährlich ist! Ich mein, es könnte ja auch giftige Pflanzen geben auf den Inseln! Gibt überall giftige Pflanzen, die man sich nicht reiben sollte! Kokosnuss! Jawohl! Okay! Dann... Tun wir dich da hin! Dich tu mal da hin! Oh man, Kokosnuss! Gib mir dein köstliches Wasser! Köstliches Kokosnusswasser! Wie viel Kokosnuss hast du mir überall haben? Aber ich muss das gute Fleisch vielleicht essen dann! Oh! Das Shilter ist wieder... Bereit! Hab ich den Bottich noch? Ne! Wo ist der Bottich? Wo ist der... Eimer? Wo ist der Kochtopf? Nein! Ich hab ihn verloren! Ich glaub, ich bin über die Fackel gerannt, wenn's nichts passiert! Aber die brennt ja auch unter Wasser! Das ist die Magic-Fackel! Ich sollte mal hier aufräumen! Komm mal her! Da hingezogen! Und... Dich auch Treibholz! Gutes Holz hier, Holz hier, Holz! Da ist die Schlange, die so böse war zu uns! Ja, ist ja gut! Ich hole ja schon! Menno! Einen Stein! Ja, ist ja... Ich... Da ist ein Eimer! Gib ihn mir! Ich hab einen Eimer! Sehr schön! Die Uhr macht mich fertig, ne? So ein bisschen... Ein bisschen anstrengend ist ja schon, aber ich würde auch gern heilen! Da ist die gute Ölbauinsel, auf der wir waren! Oder whatever! Eine Schlange würde ich auch gern töten, aber mit dem wenig Leben will ich mich jetzt nicht mit der anlegen! Ich würde es mal heilen! Muss ich dazu Bandagen machen? Es hat geklonkt! Dich kann man trinken! Ja, 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 ja. Nein, es ist schon wieder das geworden. Wie kann man denn zur Seite hier weiterklicken? Hä? Hä? Man muss das gedrückt halten, das? Hä? Warte mal. Dann muss ich jetzt ausprobieren. Wie komme ich denn hier auf die zwei? Ne, da steht immer eins von zwei. Okay. Wenn wir es jetzt schon angemacht haben, dann braten wir das auch noch. Das sieht gebraten aus. Ja, guckt. Und das wird jetzt auch gebraten. Mal sehen. Es hat mir nichts groß gebracht. Trinken habe ich vorhin gewonnen. Hm. Muss ich doch so eine Bandagen herstellen? Damit ich heile? Das war echt schlecht. Denn ich habe keinen Stoff. Hm. Lumen und Phibas. Da muss ich mir so einen Lumen machen. Dann kann ich damit Stoffe herstellen. Dafür brauche ich sechs Bänder. Wow. Sechs Bänder. Tja. Ist ja super günstig. Vier. Okay. Jetzt müssen wir mal ein bisschen koordinierter hier rangehen. Deswegen, ich schmeiße mal hier alles hin. Ja, ein Stein zum Beispiel. Damit wir hier mal ein bisschen leerer sind. Das müssen wir ja auch noch verarbeiten. Da haben wir zum Beispiel das. Den nehmen wir mit. Stone Tool an sich. Brauchen wir so nicht. Genau. Dann nehmen wir die Axt wieder mit. Das war auch nicht mal das Messer. Da ist nämlich das Messer. Und die Axt haben wir. Okay. Dann können wir auch wieder ein bisschen was aufnehmen. Perfekt. Dann einmal um die Insel ziehen. Ressourcen wieder klar machen. Denn ich würde gerne wirklich mal was bauen hier. Aber ich habe immer nichts. Ey, die Uhr, ne? Macht mich fertig. Das Schwein da. Um den Stein. Es macht mich fertig. Aber jedes Mal einmal hinhacken ist okay. Um so einen Jucker zu kriegen. Dankeschön. Danke. Das nehmen wir auch mal mit. Palmtree. Okay. Mal gucken, was da passiert. Hütz. Oh, ist das ein... Ey, hier gibt es jetzt auch so Früchte. Das ist ja echt cool. Okay, das wusste ich nicht. Das ist neu für mich. Neues. Eins. Oh, hier ist ein großes Jucker-Palmchen. Ich glaube, wir können ganz, ganz viele Seile gleich herstellen. Okay. Selbst hier liegen schon drei und vier. Noch irgendwo was? Ne. Gibt immer vier. Da ist noch eins. Fünf. Ha. Aufgepasst. Nicht schlecht. Gut, Jucker-Palm haben wir auf jeden Fall. Steine können wir später holen. Das nehmen wir noch mit. Ich brauche noch mehr Jucker. Habe ich das Gefühl. Da ist noch mehr Jucker. Na. Gibt es mehr. Das ist meins. Das ist nicht meins. Das ist auch nicht meins. Okay. Oh, die ist schon abgeerntet. Nein. Ob die nachwachsen? Früher sind die auch mal nachgewachsen. Mal gucken. Oh, ist wieder gebraten. Oh, hier ist doch die Mistschlange irgendwo. Da. Da ist sie. Die Mistschlange. Ja. Ich kümmere mich. Doch. Die Uhren, ne. Die machen mich fertig. Da. Schauen wir mal. Das Frütchen hier. Das können wir essen. Oh, das hat auch Wasser gebracht. Das ist natürlich super. Kokosnuss. Anhauen. Hey, lauf nicht weg. Trinken. Und wegschmeißen. Gut. Dann ganz viele Seile herstellen. Ich hoffe, es werden zwei locker. Aber eigentlich schon, ne. Ich brauche halt noch viel mehr. Drei. Schöne Sache. Schöne Sache. Wo ist mein Feuer? Hier. Tun wir mal hier drüben jetzt hin. Tun wir hier ein bisschen mehr Licht. Das kommt hier hin. Sehr schön. Ah, ich hasse es, wenn es dunkel wird. Weil es echt, echt dunkel wird. Na gut. Dann die Axt wieder rausholen. Das hier müssen wir noch zerhacken. Das stört mich hier so ein bisschen. Echt. Ein wenig störend. Was hier so im Weg rumliegt. Na. Zerhackt. Stückelt er es auch. Ich habe doch die gute Axt. Die gute. Must put. Ja. Sehr schön. Oh. Und da kommt auch ein kleines Yooka wieder raus. Okay. Es ist super dunkel. Und da hinten brauchen wir die Facke jetzt nicht. Dann kommt sie mit hier her. Zum Arbeiten. Hier ist nämlich Yooka. Ja. Ja was denn? Ich weiß, dass ich... Ich brauche Stoff dafür, Leute. Stoff. Sonst kann ich hier nichts machen. Da ist auch noch Yooka. Da ist auch noch Yooka. Hier hin. Und hier. Beides mitnehmen. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Also es war auf jeden Fall schon mal eine ganz gute Folge von ressourcentechnisch. Und noch ein kleines Früchtchen. Yooka. Yooka. Mit der Facke ist das auch nicht schlecht. Dann kann man die mitnehmen. Man müsste eigentlich noch die Taschenlampe noch gleichzeitig mitnehmen. Aber die Facke ist auch ganz gut. Oh nein. Oh, die ist schon wieder leer. Wie kann ich die auffüllen? Mit Holz? Interacten. Nein. Ach, man muss bestimmt was Neues drum wickeln. Äh. Verdammt. Kann es mir doch nicht antun. Holz. Auswehen. Ne, geht nicht. Aber dafür ist das gegessen. Können wir hier eigentlich das nächste Small Meat. Ha. Kann man immer noch so drüber halten. Sehr gut. Ja, die Facke ist durch, Mann. Und das, äh, weil den ganzen Tag gebrannt hat. Ich bin ein Trottel. So, brennen wir mal das nächste. Was Wasser scheltert. Auch schon wieder eins. Das ist super. Dann Taschenlampe raus. Anmachen. Sonst sehen wir nicht. Was denn? Oh, die Fledermäuse kommen schon wieder. Ich mag die doch nicht. Sechs von den Seilen braucht man, ne? Drei haben wir hergestellt. Die Frage ist wieder, wo? Da. Drei Seile, genau. Und wir schauen nochmal. Wir brauchen... Oh, hier ist nochmal ein Seil. Tun wir mal zu den anderen. Dann... Wir brauchten für den Webstuhl vier Seile und sechs Holz. Nice. Und er nimmt es sogar, was so um ihn drumherum liegt. Sehr gut. Und jetzt müsste ich hier... Das da... Ach, ne. Das muss man nur haben, oder was? Wie bediene ich den? Ach so. Mit C wieder. Der muss ja neben nur stehen, war... Warte, dann... Guck. Okay. Dann... Einmal runterscrollen. Ne, wo war das denn? Hier, das hier konnte ich doch herstellen. Und das habe ich doch auch hier in dem Baum gelernt, oder? Hier. Aber vier brauche ich davon. Okay. Okay. Dann wieder Taschenlampe auswählen. Sonst sehen wir nichts. Okay. Wir könnten auch mal beim nächsten Mal die Insel verlassen und mal schauen... Was ist noch so? Okay. Kein Stress. Was ist noch so auf den anderen Inseln gibt? Ich brauche auch unbedingt neue Ressourcen. Sonst wächst die Base nicht. Hätte so gerne heute schon richtig ausgebaut. Oh, hier ist noch eine Jucca. Sehr gut. Ist hier irgendwas? Ne. Ja. Ich baue mir doch gleich mein... Mein, 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 mein Verbandszeug. So. Und Taschenlampe da raus. Dann sehen wir es auch besser. Und ihr seht auch viel mehr. Ich seh mehr. Alle seh mehr. Oh. Oh. Die hat wieder richtig gut was abgeworfen. Okay, noch einmal eine kleine Runde und dann war es das auch. Denn die Folge ist auch schon wieder fast vorbei. Eigentlich schon vorbei. Aber ich habe nicht viel geschafft. Also machen wir ein bisschen länger. Ja, ist nachgewachsen, oder? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Meins. Taschenlampe wieder raus. Ist schon ein bisschen anstrengend mit der Taschenlampe und der Nacht. Ja, da wäre jetzt auch wieder was nachgewachsen. Ja, ist ja gut. Die wollen Aufmerksamkeit, habe ich das Gefühl. Was ist los mit euch? Da war noch eine. Oh. Ich weiß, ich hebe die Taschenlampe gleich wieder auf. Kein Stress. Da haben wir sie. Und weiter geht's. Ja, ist echt dunkel in der Nacht. Da ist die Schlange. Nein. Treibholz. Mit der kann ich mich anlegen, wenn ich geheilt bin. Dann mache ich die weg. Ich hoffe, sie respawnt mich. Ich hoffe es. Inständig. Aber sie bewegt sich auch so immer ein bisschen über die Insel, oder? Habe ich das Holz jetzt mitgenommen? Ich glaube nicht. Ja, uah. Okay. Beim nächsten Mal. Werden wir da rüberfahren? Ne, da nicht hin. Dahin, genau. Da ist die Insel. Man sieht sie gar nicht eigentlich. Nur so ganz blass da, wo der Punkt ist. Naja, gut. Dafür speichern wir nochmal. So. Und schlafen. Dann wird's auch vielleicht Tag. Und bis dahin. Macht's gut. Und tschüss.